Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge Conan im Exil. Natürlich mit den üblich Verdächtigen, die da sind, Cockain, Barnett, Bob und Mario Schröber. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Moment. Hey, Bob. Hallo. Ach, geh Kackenfleisch. Jackie, Jackie, komm. Was? Viele Kaiser, was hättest du denn? Hey, Jackie. Ich hab versucht, den Schröber zu imitieren, aber es ist doch schwieriger als ich gedacht hab. Hey, Jackie. Grüß euch. Du musst halt übertrieben nett sein. Ja, genau. Wie? Schröber ist halt übertrieben nett. Ach so. Das ist aber auch in Wirklichkeit so nett. Ja. Ja, total. Das ist auch. Oh, das war ein toter Hase. So. Die andere Seite ist auch zu. Zumindest schon mal eine Höhe. Wisst ihr eigentlich, ob man die Wände upgraden kann, wenn man dann einen Ziedel hat oder sowas? Oder ob man die neu setzen muss? Fragezeichen. Aus Rotseiten. Aus Rotseiten. Okay. Wir haben jetzt noch eine große Seite, die zu muss. Das geht aber fix hier. Ich hole grad Steine. Ich bin bei 300. Das ist gut. Carrying to match. Ja, me too. Das ist possible. Cause. Ey, ich hab noch eine Foundation. Ey, das ist fucking awesome. Dude. Dude. Ich schmeiß mal ein bisschen in die Kiste hier rein. Rechts so Stein. Hast du Stein da? Ja. 36 nur, ja. Und eine Foundation. Das ist ja. Da gib da an. Weißt du, mit 6,30 Steine krieg ich noch nicht mal eine Foundation. Hier sind nochmal 300. Eine Foundation hab ich ja auch reingelegt. 300. Wo hast du 300 im Haus? Ja. Gleich rechts, wenn du reinkommst. Okay, cool. Und du brauchst mal einen Knochen? Jemand? Idee? Denk mal, du wirst hier irgendwann zum Mehl. Ähm. Boneschief. Knochenmehl. Ähm. Übrigens der Haferschleim ist ja für die Sklaven. Achso, das nächste wäre das Wheel of Fortune. Wie heißt das? Tortur. Wheel of Pain. Wheel of Fortune. Was war das denn? Wir lieben Fortune. Da gab es nochmal das Lied, oder? Wheel of Fortune. Weiß nicht. War das nicht Ace of Base? Soldier of Fortune. Wheel of Fortune. Oh, wow. Soldier of Fortune. Wheel of Mythicality. Nee, kennt ihr nicht? Nee. Es gibt so ein Lied hier. Wheel in the middle of the road. Okay, dann ist er. Wheel in the middle of the road. I've been walking on my shoes. Burning wheel? Nee. Hat jemand noch Tierhaut ganz viel? Wheels on fire? Nee, die ist in der Gerberei. Warum? Wheels of Fortune. Weil ich, dass das ein Lied. Achso, okay. Soll ich die Gerberei anhalten? Ich habe noch 28 Dings. Kommt halt drauf an. Für was willst du die? Ich brauche die jetzt erstmal nicht. Die Fälle. Kap 28. Gib her. Hier. Drop that shit. Aha, komm. Muss schon zu mir kommen. Oh Mann, ey. Vinyas? Ja? Sieht's aus? Was denn? Steine irgendwie? Interesse? Ja, ich baue gerade hier die eine Seite zu. Ich bin gerade von der ich das am machen. Könnt ihr dir jetzt 200 abheben? Aber nur weil du da bist. Ihr rumpelt irgendwas? Nicht gut. Rumpeldi Pumpe. Jacky Wodan, schlägt euch mal was hin. Bringst du es mir mal hoch zu dem Ausgang? Ja, komm sofort, ja. Hier liegt was hinter euch. Schon mal, Jacky, ich nehme das schon mal mit. Oh. Kachim. Okay, ich hol's mir ins Auge. Wodan, für dich liegt auch was hier? Komm mal, komm mal. Ja, warte mal. Na, aber da sind ja noch mehr. Du kannst ja wahrscheinlich gar nicht so viel tragen, oder? Na, gib mir, dann gib mir's. Gib mir's, Baby. Gib mir. Fesselspiele. Brauchst du noch Holz oder so? Ah, hab ich. Stimmt, Holz brauche ich auch noch. Ja, aber dann hole ich dir Holz. Also brauchst du jetzt dringend, oder? Ja, ja, um die Foundations herzustellen. Kann zwei Helme herstellen erstmal, schade. Fünf Holz brauchen wir nur, das ist nicht viel. Ist da noch Holz drin, nirgends? Ah, hier ist auf jeden Fall ein Fundament drin, ein Steinfundament. Die Leute haben ja auch geschrieben, man soll doch immer nur einmal kurz E tippen, weil ich immer dieses Menü aufmache. Wo muss ich das dran gewöhnen. Das ist wahr, ja. So, hat jemand noch Holz für mich? Äh, nicht. Hier drin, guck mal nach. 47 Holz, kann ich dir geben? Oh, die Werkbank hätte ich aber draußen. Das wird langsam ganz schön. Hier in der Bergbank. Nein, wir machen das schwer. Außerdem machen wir einen zweiten Stock hier, hm? Zweiter Stock. Oh, danke, cool. Einer kriegt noch einen Zimmer? Ja, zweiter Stock auf jeden Fall. Aber das will auf... Jetzt kann ich mich bewegen. Ich krieg die Kräse. Dieses Spiel. Hier, Kaiser, du kriegst die Tor, weil du es bist. Ich hab doch keinen Stein für dich. Danke. Minias, ich leg dir ein Seil hin. Ne, ich will nicht. Das können wir später machen, wenn ich fertig mit Bauen bin. Erst ja, aber dann das Vergnügen. Na gut. Leg mich schon mal aufs Beste. Sieben Objekte, wir können alles rein. Leg dich schon mal hin hier. Ich droppe jetzt hier gerade mal Sachen. Kann das mal jemand aufnehmen? Weißt du? So, jetzt. Ich hab hier ein Säckchen in die Tür geworfen, weil ich mich entladen wollte. Oh, dann bleib mal still stehen. Nein. Das will ich nicht. Der Knüppel, wie geil. Guck mal. In einer Stufe aufgestiegen. Toll, toll. Wo kriegen wir denn jetzt Leute her? Ich will jetzt mal... Mann. Ich will keine... Kannst du nicht an was anderes denken? Nein. Unter Jochen. Können wir gerade erstmal vielleicht die Absicherung der Base vornehmen? Können wir ein gemeinsames Ziel haben? Mein lieber Freund. Guck mal bitte hier. Dann... Mein lieber Freund, der Kaiser. Regens Strohdach. Samme Steine. Wird Strohdach? Ja. Betten kann Minias, ne? Eisenpicke. Jo. Speer. Aber wir haben doch vier Betten. Einhandspeer. Er hat Wurf und Stoßwaffe. Ein Horn. Überwürste Brüse aus einem Rahmen aus Holz. Jo, dann lernen wir an Holz. Schwierig. Soll ich dir direkt schon mal Wände machen? Oder brauchst du noch Foundations? Ne, Foundations, wir sind jetzt durch. Wir haben noch Wände. Wir brauchen noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Und drüben glaube ich nochmal vier oder fünf. Okay. Ne, warte mal nicht. Jetzt habe ich noch zwei, habe ich ja noch fertig. Gut, wir können die mal auch noch höher setzen. Ich weiß es nicht. Tiere kommen ja anscheinend über die Felskante rein. Also... Mach mal vier. Perfekt. Sieht gut aus. Brauch mehr Weile. So, jetzt ist hier zu. Jetzt die Wand zu, jetzt müssen wir nur noch höher machen. Aber dann haben wir alles soweit. Hier hinten brauchen wir fünf Wände. Dann stelle ich die einfach her. Ich kann fünf Wände herstellen für die Seite. Okay, ich habe vier Stück habe ich schon in der Tasche. Dann setz die oben, wo es den Berg hoch geht. Okay, ich komme mal eben wieder runter. Ah, das Ding grün ist. Alles Stein, Stein, Stein. Was ist denn der Carpenters Bench? Ja, Weber. Covered in Tools for Carpentry. Carpenter ist... Ah ne, Carpenter ist nicht Weber, Quatsch. Carpenter ist der Zimmermann. Ah. Okay. Okay, jetzt bis auf die eine Ecke ist jetzt zu. Aber die eine Wand ist jetzt zu. Okay, ich glaube, wir haben es abgesichert. Wir können Sklaven besorgen. Dann wird die Folge mal interessant hier. Ah, was? Ich habe bisher aber nur einen Knüppel. Cool, was ist denn das hier? Gerberei? Ja. Warum das mitten ins Wasser? Weil Wasser schon... Ja, cool. Ich könnte es nur da platzieren irgendwie. Das war sonst alles voll. Man braucht ja Wasser. Also man braucht ja Wasser. Wir hätten noch Foundations an das Haus setzen sollen, damit wir, weißt du, eine gerade Fläche kriegen. Stimmt. Oh Gott, hat der mich erschreckt. Wow. Hab ich das gemerkt? Was denn? Du bist doch total entspannt gewesen. Der sah aus wie ein Stein, der Kroko, Alter. Oh Mann, hat der mich erschreckt. Guck mal, der Stein bewegt sich. Leck mich fett. Leck mich fett. Du bist aber ein schneller. Du bist ein schneller. Du bist ein schneller. Ja, du bist ein schneller. So. Ähm. Dann mal aufsteigen. Ich habe noch drei Punkte. Ich gehe jetzt auf... Crit war das, gell? Mit der Stamina. Mhm. Und dann gehe ich noch einen auf Belastung, so. So, was haben wir da an Rezepten? 13 Punkte verfügbar. Gott, habe ich lange nicht gelernt. Diese Knüppel für dich. So der harter Schreck gerade. Wow. Zimmermann-Tisch habt ihr schon gemacht? Ja. Ne, haben wir noch nicht gemacht. Könnte ich aber. Der nächste wäre ein Blacksmith-Tisch. Den mache ich gerade im Ofen, sozusagen. Also den Material dafür. Zimmermann-Zeug bräuchte ich 400 Holz. Teuer. Okay, dann bring noch Holz mit. Was fehlt mir denn? Ah, den Zimmermannstisch noch. Ah, gut. Also die nächsten drei Punkte setze ich dann in die Handwerksgeselle. Das ist dann Eisenpickel, Eisenachse. Und dann kommen auch die ganzen geilen Schwerter. Weiß ich nicht. Achso, ja, ja. Aber das ist ja sowieso wurscht. Ich meine, das wäre jetzt zum Beispiel Rüstung. Ja, was brauchen oder so. Ja, Rüstung mache ich dann. Wenn ich es kann. Ah, der Ofen sitzt hier drin. Wow. Okay. Hast du da schon Stuff drin? Mhm. Oh ja. Oh, Eisenbarren. Geil. Da ist noch ganz viel Stein drin. Wie liegt das? Ja, daraus werden die Ziegel. Was ist das? Ein Knüppel. Hm, das ist dann der. Hallo. Jetzt brauche ich nur noch das Seil. Glaub ich hier doch, äh... Hast du nicht? Ne, das liegt glaube ich hier drin. Ne. Wo drin? In der... Hier in der Amorous Bench. Unten im Kopf ist der auch für mich? Leichte Turban? Nehme ich Wasser. Ja, nimm den direkt, ja. Den kannst du anziehen, ja. Cool. Turbanski. Ach komm. Und das Seil muss man auch unten... So, wir können los. Haha. Essen. Ich hab Hunger. Vor allem guck dir mal die Animation von dem Knüppel an. Das ist total geil. Bleap. 100 Eisen, kriegen wir 100 Eisen? Bachen zusammen schon? Ja, aber bitte nicht benutzen. Wir sind für den Blacksmith. Die Schmiede. Aber können wir das draußen nicht aufbauen, den Rest? Oder den zweiten Stock von mir aus. Aber das ist ja super eng. Wir haben so viel Platz hier in unserem... Können wir nur aber. Ach, cool. Komm, wir holen uns Sklaven. Lass uns losziehen. Ja, ich schmeiß mal eben Eisen in die Forge. Äh, nee. Nee? Wenn wir jetzt Eisen in die Forge machen, dann macht er das direkt als nächstes. Er macht immer erst Eisen und denn Stein. Ach so, okay. Wir brauchen jetzt nämlich Stein. Lass uns in der Holzkiste irgendwo packen. Also ich habe hier beim Reinkommen, als ich gestorben bin, habe ich gesehen, dass es oben auf dem Berg irgendwo... Das war, glaube ich... Ja, hier. Und dann, glaube ich, hier hoch. In die Blickrichtung nach da oben. Ist ein Dorf. Da könnten wir uns die besorgen. Die muss man erst mal zusammen prügeln, bis sie die Arme heben, oder? War das so? Ich glaube, ja. Habt ihr euch hochgegessen? Ja. Nein. Ich bin satt. Nice. Danke, Wodan. Fürs erinnern. Fürs erinnern. Ja, ich habe mich drauf geachtet jetzt. Ich scroote schon mal den Weg. Ja, ich nehme einfach Fleisch mit hier, falls jemand Hunger hat. Ist gut, ja. Ich habe noch ein bisschen Fleisch. Ich habe immer 100 Käfer dabei. Nee, hier ist es nicht. Aber war da oben... Da war doch Wodan da oben. War da nicht da? Nee, hier oben sind... Wir könnten oben die Viecher töten, aber die tun uns eigentlich nichts. Die kommen auch da nicht runter. Na, wir brauchen auch mal ein bisschen mehr... Also, wir müssen... Meins sagt es in der anderen Seite. Entweder da oben in die Wüste. Wer ist hier? Wodan wahrscheinlich. Wodan, ja. Wodan. Wo meinten Wüste? Turban, Wodan. Wo seid ihr hoch? Wo wir helfen? Der höchste Punkt unserer Base. Also, höchster Ausgang. Da oben ist ein Dorf hier, aber... Die anderen sind ja tiefer, die anderen Ausgänge. Die sind alle relativ... Also, ja, okay. Da wo zwei nebeneinander sind, oder? Da oben ist ein Dorf, ne? Ja. Der höchste Ausgang. Höhentechnisch. Da haben wir nur einen. Da bist du doch. Da bist du doch. Da bist du doch. Ja, aber so viel höher ist denn... Komm, hier hinten raus, glaube ich. Da sind diese Stachelvieh und da sind bestimmt auch Wüstensöhne. Wüstensöhne? Wüstensöhne, der ist nicht mehr Wüstensöhne. Du Uhrensohn. Mehr Uhren, Söhne. Wir brauchen mehr Uhren. Meine Söhne. So, hier sind zwei Stachelviecher. Sieht aber nicht so aus. Oder da hinten? Den will ich als Haustier haben. Ach, hier geht's hoch. Guck mal, da hinten geht's hoch. Vielleicht können wir hier mal hoch auf den Steinen. Hier geht's hoch. Guck mal. Zwischen den... Da haben wir wo dann vorhin? Und da ist was? Ja. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Ich sehe schon eins. Ja, ich sehe doch. Aber da ist so ein Eisenvieh. Also wir gehen nicht hoch, ja. Den kennen wir nicht. Informativ, gut, dass wir zusammen gehen. Okay. Ja, hoch. Das ist typisch. Da ist doch mischt, oder doch? Ach, da hoch. Ich wollte schauen, aber... Da oben wurde ich vorhin angegriffen. Ihr habt doch gesehen. Äh. Äh, okay. Hier hoch. Irgendwas rennt hier. Okay, es kommt. Es kommt. Es kommt. Irgendwas rennt hier hart. Ist euer. Danke. Okay, ist tot. Späfel und Kristalle. Hier sollen wir mal da hochgehen. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, da hinten ist doch ein Lagerfeuer zu sehen, oder? Ja, komm, wir gehen jetzt da hinten. Lagerfeuer. Oh, der ist für euch. Na, komm. Was denn jetzt so? Aber da ist so ein krasser noch da hinten. Den müssen wir töten. Ach, wisst ihr euch? Den nimmst du was? Den müssen wir töten, weil er sich nicht angreift. Ja, ja. Nee, der kann nicht getroffen. Nee, der kann nicht getroffen. Kannst du nur mit der Steinax kaputt hauen. Quatsch. Oh, hier sind die Skelette auf dem Boden. Der hat viele Skelette am Boden, ja. Wahrscheinlich wegen dem. Und los. Schieß doch nochmal auf ihn, bitte. Äh. Oh mein Gott. Und das ist sehr schnell. Ausdauer, jeder. Könnt ihr mal angreifen? Ja. Oh Gott. Nee, du hast angefangen. Oh Gott. Er hat wieder was angefangen, ja. Aua. Gott sei Dank, ich hab ihn geblockt. Ich hab ihn geblockt. Ich nehm die Steinax. Ich komm nicht rein. Wenn ihr... Ich traue mich nicht zu schlagen. Los, komm. Ich bin fast tot. Nein, er ist nicht tot. Ich. Nicht er. Oh, fuck. Au. Au. Okay. Nice move, dude. Hab ich verdient, definitiv. Nice move. Oh, er hat mich auch. Boah, ist das viel stark. Nice move. Könnte sein, dass wir mit unserem Steinschwertchen und ein bisschen Stoffrüstchen und ein bisschen zu schlagen. Ja, 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 ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir nicht geblockt. Rock Nose. Alter, Rock Nose, du. Nice move. Alter. Wie er auf einem hochgestanden ist, ey. Wie ein Endgegner, ey. Ob wir da jetzt hinrennen schnell und unsere Sachen holen? Ich mache mir jetzt erst mal neue Klamotten. Nee, wieso? Wir brauchen eh andere. Das hilft dir eh nisch da. Das Zeug. Ich probiere da mal hinzuhören, mal gucken, was er sagt. Mensch, da. Da hat er übelst los. Da war richtig mal innen raus, ihr Zimmer. Komm rein. Ja? Na los. Guck mal, kommt da was hinterher? Nee, gut. Nee. Mann war der schnell. Ui. Es wird dunkel. Ui. Warum nicht? Wäre langweilig, wenn das im Hellen... Ja, ja. Mal gespannt. B-Punkte. Agilität. Was ist denn hier für... Hm? Rad? Grit ist Stamina. Okay. Ja. Was machst du hier? Nicht Ausdauer... Kacken auf Porn. Nee, nee, Ausdauer. Koppeln und Ausdauer auf Porn. Was machst du hier? Wo ist er? Siehst du ihn? Nicht mehr hier. Ich lege ein schönes Zeh. Nee, ist nicht mehr hier. Okay. Äh... Wo bin ich? Äh, wer bin ich? Bin ich nicht. Das bin ich. Das bin ich. Wo dann? Mitbringen? Ja, bitte. Ich bin da eh... Nee, da ist ein Schild drin. Das bin ich nicht. Ist ja lang. Wer schlägt denn hier oben? Das bin ich. Take it all. And the winner takes it all. Ding, ding. Oh, schön. So. Okay, dann hat er den Wohler noch... Ja, nee, super. Mit Steinschwert hat das ja gut geklappt. Naja, gut. Eine Kreatur, die ja aus Stein besteht, mit Steinen zu schlagen... Wir müssen halt noch ein bisschen Sult haben und dann könnt ihr mal so einen Blacksmith machen. Wir brauchen jetzt Sklaven. Ich will jemanden versklaven. Genau, komm, wir gucken jetzt mal, ob wir bei den Lagerfeuern, ob wir was ist. Holt euch Sklaven. Wir hätten ihn einfach abbauen sollen. Elefant auf den Berg. Elefant ist ja kein Problem, da haben wir noch nie Probleme mitgehabt. Als wäre das jetzt irgendwie ein Problem. Elefanten. Irgendwie ein... Elefantenproblem damals. Das sind aber keine Leute hier. Das ist nur Feuer, oder was? Ne, da oben sind noch Typen. Ja, aber es tut sich da. Die tanzen. Oh, scheiße. Ich habe das Bett nicht nochmal angesprochen. Muss man es nochmal ansprechen? Sind aber... Das könnten... Ne. Habt ihr nach einem Tod das Bett nochmal angesprochen? Nein, nein, nein. Musst du nicht. Okay. Wo dann? Ich habe dein Kram in der Tash. Oder bleibst du da? Rechtsrum, oder wo? Ja, ich guck mal, ob hier muss. Da kommt so ein Vieh. So ein Vieh verfolgt mich. Ja, ich sehe es. Greif an. Leider konnte ich mich nicht richtig verstehen, oder? Kaum Ausdauer, scheiße. Ja, ja. Da hat der Chaos-Repair-Trupp. Da hat du schon labert. Also bitte... Levelaufstieg, warte. Warte, 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 warte. Ne, ich bin außerhalb gespawnt nicht. Geht auf Ausdauer. Ach, nein. Okay. Wo dann wieder auf die Gunst des Gottes. Und, hoffentlich sind hier keine Löwen. Tut mir leid. Vitalität. Ne, ich renne jetzt einfach. Ich will nur mal gucken. Oh. Bogenschütze, meine Frau. Gehst du da weiter? Ja. Aua. Vorsicht. Komme. Vorsicht, Bogenschütze. Ja, warte. Guck, der schießt auch durch die Feier. Durch den Bergen. Regenerieren. Komme. Der Meister wurde schützt am Start. Ich hab Durst. Aber denk dran, ihn nicht zu töten, sondern wir müssen sie versklaven. Haben wir eigentlich schon ein Wheel of Fortune? Noch nicht. Ne, ne. Okay. Warte, ich komm hoch. Knüppel ihn. Hör mir trocken. Das ist schwierig. Blöde Kuh. Erst, wenn sie die Hände heben. Bewusstlos, 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 hör auf. Fesseln. Warte. Gebunden, ich hab ihn. Ja, ist sauber. Wo geht's lang? Ihr müsst mir leuchten. Ich bin fast tot. Ist er? Wir kriegen Besuch durch den Elefanten, der kommt jetzt da um die Ecke bei euch. Oh nein. Ein Informativ. Können wir ihn wegziehen? Leuchte mir mal einen Weg. Ich kann nicht den Weg leuchten, wenn ich nicht... Okay, warte, dann leuchte ich dir den Weg. Oh, äh, warte. Willst du Bescheid? Ähm, das war ja auch vorher kein Problem. Nee, komm, schnetzeln, schnetzeln, schnetzeln. Den fetten. Benjamin. Da kommt noch einer hinter uns. Hinter euch kann es noch einer sein. Noch einer? Nee, ein Gegner. Okay. Scheiße, was machen wir jetzt? Boah, er hat mich. Er hat mich. Ele, stieh ab. Der Schimmer. Element sind unser Mantra, oder? Über die Folgen. Spielekaiser. Hab ihn. Wo ist der Typ? Das ist ein anderer Typ, der hat nur Faust und so. Ja. Äh, ich spawner unser... Wo spawnst du? Äh, ich bin gespawnt und... Da war Wasser. Drücke E zum Wegschleifen, okay. Irgendwas hat nicht gestimmt. Ja, ich bin außerhalb gespawnt. Ich bin auch nicht in der Base gespawnt. Kein Eroberungsobjekt. Nie. Jackie, kannst du mir den Weg leuchten? Klar. Okay. Dann schleife ich ihn jetzt. Geh mal vor. Warte mal kurz. Ich probiere ihn noch schnell. Ich sehe nichts. Ob wir das zurückschaffen. Ich glaube nicht. Klar. Warte. Nicht so, dass wir jetzt irgendjemanden entführen. Komm. Da geht's lang. Ich kann glaube ich nicht rechnen. Nee. Doch. Los, schleifen richtig. Wartet auf mich, ich muss noch mein Zeug wiederholen. Na, tut mir leid. Jetzt, wo wir hier so... Sieht das geil aus. ...alleine sind. Was? Ja. Das ist Teamplay. Den Sal. Herr Fleischheimer, bitte. Meine Damen und Herren, es war mir ein Verwögen, diese Folge zu präsentieren, zu hosten, sag ich mal. Und ich sag, herzlichen Dank für zuschauen. Lasst einen Daumen oben da. Und Spielekaiser und der liebe Wodan, die nehmen mit auf. Also, ruhig mal reinschalten. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Und schreibt in die Kommentare, was wir mit dem Lust-Sklaven machen sollen. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.